Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute geht es um den Jahresabschluss. Also es geht darum, das ganze alte Jahr zu verabschieden, also 2023 zu verabschieden und in 2024 zu starten. Und wir haben ja eigentlich ein Jahr, das trotz aller Turbulenzen uns auch dazu aufruft, der eigenen inneren Vision zu folgen. Und wir werden bei dieser Meditation jetzt auch ganz besonders diese innere Vision stabilisieren und auch stärken, dass man eben klar durchstarten kann. Was dazu gehört, ist natürlich alles, was deinen Blick vernebelt, alles, was dich deinem Blick eintrübt. Und wir werden eben beginnen, so ein bisschen diesen Blick, der emotional womöglich vernebelt ist, der irgendwo von Alltagsgedanken vernebelt ist, dass wir den einmal klären und dass du wirklich zu deiner Vision kommst und so durchstarten kannst ins neue Jahr. Und da lade ich dich gleich mal dazu ein, deine Augen zu schließen und einfach mal so tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Und erlaube dir, dich jetzt einfach mal wahrzunehmen, genau in dem Moment, wie du jetzt bist. Vielleicht bist du unruhig, nervös. Vielleicht bist du auch zufrieden. Wo du auch stehst im Moment und wo du auch bist im Moment, nimm dich mal wahr und sag mal zu dir, schön, dass du da bist. Schön, dass du diesen Weg, egal wie du ihn empfunden hast, besonders schlimm oder besonders leicht, besonders angenehm, besonders qualvoll. Ganz egal, wie dein Weg war 2023, wie dein Jahr gewesen ist 2023. Sag einfach mal zu dir selber, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier stehst, an diesem Punkt, an diesem Jahresübergang. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und es geht jetzt nicht darum, nach vorne zu blicken oder groß nach hinten zu blicken, sondern einfach mal hier zu sein. Du brauchst jetzt keinen Plan zu schmieden, sondern du erholst dich einfach. Du kommst in der Gegenwart bei dir an. Und egal, wie turbulent alles gewesen ist, egal in welchem Zustand du dich jetzt befindest, mental oder körperlich. Es ist einfach schön, dass du jetzt da bist. Genau da, wo du bist, ist es gut. Genau an diesem Punkt in deinem Leben, wo du stehst, ist der ideale Punkt zu stehen. Es gibt keinen besseren Punkt. Das ist der Punkt der Gegenwart. Und der ist erhaben über alle Zweifel. Der ist erhaben über alle Unsicherheiten. Das ist einfach der Punkt der Gegenwart. Der Punkt, wo alle Urteile aufhören. Schön, dass du da bist. Sag dir das wirklich nochmal vor. Ganz bewusst schön, dass du da bist. Und schön, dass du genauso da bist, wie du da bist. Da gibt es nichts zu verbessern, zu verändern. Schön, dass du da bist. Und jetzt überleg einfach mal, hast du das schon mal zu dir gesagt? Schön, dass du da bist. Denn wenn du das noch nie gesagt hast zu dir, dann kann das sein, dass das ganz komisch sich anfühlt. Aber es ist schön, dass du da bist. Und dieses, es ist schön, dass du da bist, ist nicht nur ein Gedanke von dir. Es ist auch die Einstellung des göttlichen Lichts dir gegenüber. Auch das göttliche Licht findet schön, dass du da bist. Es erfreut an dir. Es hat Freude. Es ist der Punkt der Gegenwart, nicht nur ein Punkt, wo Urteile enden, sondern auch, wo Freude zu finden ist. Die göttliche Freude über dein Dasein. Und du bittest jetzt mal um die Führung, die Ruhe und die Klarheit, diese göttliche Freude spüren zu können. Diese göttliche Freude wahrnehmen zu können. Bitte darum, die Freude an deinem Dasein zu fühlen. Und du spürst, dass sich vielleicht bei Wurzelschakra oder Nabelschakra etwas zu rühren beginnt. Irgendwas kommt in Bewegung. Es braucht auch keine Euphorie zu sein. Es bewegt sich etwas. Erlaube Bewegung. Lass diese Bewegung zu. Und in dieser Bewegung, in dieser Beweglichkeit taucht Freude auf. Eine tiefe Freude an deinem Dasein. Eine Freude, die sich deinem Verstand und deinen oberflächlichen Emotionen entzieht. Es ist eine Freude an deinem Dasein. Es ist die Freude des Göttlichen an dir, an deinem Sein. Du bist wichtig. Und jetzt an diesem Punkt, wo die Jahre sich wieder ändern, wo sich wieder etwas wechselt. An diesem Punkt. Erlaubst du dir, ganz im Hier und Jetzt zu sein? Ganz in deiner Kraft zu sein? Egal, was passiert ist in der Vergangenheit, du spürst, das neue Jahr ist ein Jahr, wo Visionen wieder möglich sind. Vielleicht nicht hundertprozentig die Umsetzung von allen Plänen oder allen Visionen, aber es ist wieder eine Inspiration, eine Vision möglich. Und diese Inspiration und Vision darf jetzt auch dann zu dir kommen. Und du spürst auch schon, dass die Energie, Vision, Inspiration, die kommt so wie eine laue, frische Brise auf dich zu. Also wie ein frischer Wind, aber ein angenehmer Wind. Und du kannst jetzt mal wahrnehmen und spüren und schauen, was es braucht, dass dieser frische Wind, diese Inspiration dich erreichen kann. Bist du vielleicht noch verschlossen, hast du zu viele alte Kleidungsstücke an, die dich daran hindern, diese Inspiration zu fühlen, eine dicke alte Haube, einen Schal. Hast du die Fenster geschlossen? Egal, was es ist, was dich da trennt von dieser Vision, von dieser Inspiration, die kommt, die kommt ganz automatisch. Es ist nun an der Zeit, das Alte loszulassen. Es ist Zeit, den Überlebensmodus und Stressmodus, wo du dich vielleicht drinnen befunden hast, hinter dir zu lassen. Es ist nötig, die Faulheit, die dich vielleicht in der Vergangenheit gehalten hat, hinter dir zu lassen. Es ist nötig, alle emotionalen Dramen hinter dir zu lassen. Damit dieser frische Wind geschehen kann. Alles, was du noch mitschleifst in deinem Leben, soll jetzt gehen. Es soll verschwinden. Das Alte, das Mühsame, alles, was sich transformieren soll, kann sich jetzt transformieren. Alles, was du in die Gegenwart mitgebracht hast, was dich an die Vergangenheit bindet, aber keinen Platz mehr hat, kann nun abgestreift werden. So als würdest du einen Kleiderkasten entrümpeln, oder deine Wohnung entrümpeln. Erlaube dir, diese Energien jetzt mal zu spüren, des Loslassens. Und manches ist vielleicht schmerzlich, weil es dir schon so nahe war, oder weil du es schon so lange getragen hast und dich daran gewöhnt hast. Aber alles Gewohnte, was jetzt keinen Platz mehr in deinem Leben hat, darf jetzt gehen. Und in diesem Abstreifen, und das passiert jetzt, es fallen Punkt für Punkt alte Sachen von dir ab. Womögliche Emotionen, die dich an Menschen binden, die nicht mehr in deinem Leben sein sollten. Vielleicht auch einfach Bindungen an Dinge. All das kann abfallen und zurückfallen und es soll jetzt Klarheit kommen. Und du öffnest dich jetzt dem frischen Wind und du spürst, wie diese frische, neue Energie dich umströmt. Immer mehr und mehr. Das Alte wird hinter dir gelassen. Es ist wie wenn du in einen frischen Luftstrom trittst. Und du spürst mit einem Schritt und dem nächsten Schritt, dass dieser Luftstrom dich mehr und mehr umfängt, umhüllt und dass diese alte Energie abfließen kann. Alles, was deiner Vision 224 widerspricht, fließt nun ab. Und erlaube dir mal, so tief ein- und auszuatmen. Und nun mischt sich zu dieser Inspirationsenergie auch noch die Energie der Manifestation. Soweit es für dich in Ordnung ist, kannst du deine Visionen jetzt auch manifestieren. Es wird ein Schwellenjahr 224, wo viel Neues zu dir kommt, aber sich manches vielleicht noch nicht manifestiert. Aber es ist wie eine Waschmaschine, die dich ein bisschen durchwäscht, aber im Positiven auch. Und auch wenn sich nicht alles manifestieren lässt, weißt du doch, du bist inspiriert und du bekommst die Zeit, den Raum, die du benötigst, all das umzusetzen. Ich habe Zeit und Raum, alles umzusetzen, was wichtig für mich ist, was ich spüre. Und ich bin unterstützt von der Kraft, der Liebe und dem Licht der geistigen Welt. Und du atmest jetzt mal tief ein- und wieder aus. Und erlaubst dir, in deine Stabilität zu gehen und dich in Bewegung zu setzen, aus dem Alten in das Neue, ins Licht der Vision. Und in dieser Tiefen, Tiefen-Transformation. Und spüre einfach mal, dass es wirklich ein Weg ist von alten Lasten, alten Belastenden in was Neues rein. Spüre mal die Belastung, die 2020, 2021, 22, 23, sieh das mal als Weg. Schau dir das mal an, von diesen Krisen rauf in die neue Energie rein. Und da ist 2024 ein neues, weiteres Jahr in eine neue Energie rein. Und bitte nun um die Kraft, ohne Furcht durch diese wandelnde Energie durchzugehen. Und spüre, wie du den Mut erhältst, klar und voller Kraft, deine Identität zu leben. Spüre, dass du voll in die Energie 2024 eintauchen kannst. Und dass dieses Jahr ein weiteres Jahr ist, wo du spürst, dass auf der einen Seite viel hinter dir bleibt, aber auch ganz viel Neues sich gestaltet. Und bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt, dass du diese spannenden Zeiten erleben darfst. Danke, dass ich diesen Wandel erleben darf. Und danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, dass ich mich auf dich, also die geistige Welt, verlassen kann. Atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt die neue Energie, auf die du dich eingeschwungen hast. Und starte in ein grandioses 224. Atme mal tief ein und wieder aus. Streck dich durch. Bewege deine Arme und Beine. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühle dich klar und entspannt. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen. Ich wünsche dir einen grandiosen Start ins neue Jahr. Ich bin gespannt, was du zu dieser Übung sagst, zu dieser Meditation sagst, wie es dir gegangen ist dabei. Und du kannst die natürlich auch immer wieder wiederholen, diese Meditation, diese Loslassmeditation, ist kein Thema. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im kommenden Jahr mal live bei einem Workshop oder bei einem Workshop online hier auf YouTube auch wieder. Würde mich freuen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Teile das Video. Abonniere meinen Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Eine gute Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dein Oliver Arini. Tschüss. Dein Oliver Arini. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020